So Leute, hallo, das ist mein erstes Commenter-Video Und, äh, ja genau, es freut mich eigentlich, es ist bisschen komisch so rumzulabern einfach so und sich dabei halt ein Gameplay anzugucken, aber okay, wird man sich halt auch noch nicht Ja, trotzdem, man kommt sich ein bisschen komisch wieder vor Okay, ähm, wie gesagt, mein erstes Video Und, äh, ja, genau, paar Daten erstmal zu mir Ich bin der Nils, ich gehe momentan noch zur Schule und, äh, bin 17 Jahre alt Ja, ja, Bombe aus NRW Ich glaube, die Bombeplante, ne? Heftige Sache, ne? Immer schön, wenn ihr direkt am Bombenplatt seid, direkt Bombeplante und wissen, was ich machen könnt, ne? Aber naja, okay Und das Gameplay, wie ihr seht, wird der Vektor erspielt Ähm, Call of Duty Okay, okay, was heißt natürlich, ne? Es wird von vielen Leuten momentan eigentlich voll gehatet und so Ja, ich verstehe nicht warum, aber das ist ein anderes Thema Äh, werde ich vielleicht auch mal kommentieren Erstmal, hier im Grund Ja, ich komme leider erst jetzt zum Aufnehmen Ich konnte mir erst jetzt eine Legato besorgen Und, äh, verzeiht mir bitte, wenn die Mikroqualität richtig scheiße ist Ist leider mein Headset noch, also, äh, ist zwar ein ganz vernünftiges Headset, aber, naja, hält halt nicht in so einem Studio-Mikrofon mit, ne? Und, äh, ist halt schon Was könnt ihr bei mir eigentlich erwarten? Also, hauptsächlich, ähm, Live-Kommentary ist, ja, was noch, Call of Duty auf jeden Fall nur Also, normalerweise, hauptsächlich Call of Duty ist eigentlich so das Einzige, was ihr so erwarten könnt bei mir Aber auch noch ganz gut, ne? Also, ich bin eigentlich Eisquert gewesen, worauf ich gerade so Bock hab, also Keine Ahnung, ich bin kein Fifa-Pro, aber ab und zu zeige ich immer ein bisschen Fifa und so, also Geht halt, ne? Ich bin halt so, hauptsächlich Call of Duty Mit, äh, MW3 hab ich angefangen, genau Und, ja, ziemlich spät, aber, ja Nachher noch MW2 geholt, auch ein sehr geiles Game Aber, naja, bei jedem halt, ne? Also, ich fand MW3, für mich ist das... Ist MW3 das geilste für Duty, ne? Ist halt so für mich Man hat halt damit angefangen, ne? Und findet das halt auch am geilsten So ist das halt bei mir Und, äh, ja Ist halt so Und, Ghosted wurde dann auch da rein Also, weißte ich auch gar nicht, wo man so viele Leute hat, aber da werden auch noch ein paar Commentaries kommen und so Ja, auf jeden Fall, ähm, ich hab mir eine PS4 besorgt, also, die hatte ich mir direkt vorbestellt und, äh, und halt aufzuziehen mit dem PS4 Und, äh, da werden halt auch viele exklusivte kommen, also Also, keine Ahnung, Thief oder wie das Spiel heißt, also THPF Das, ne? So, ich wollte halt, ne? Aber da muss ich halt immer nur überlegen, so, wie's läuft und, äh, ja, mal gucken Aber das wollte ich ja eigentlich nicht mehr spielen, also viele Titel für die PS4 Werde ich auch nicht mehr spielen, oder halt mal vorstellen, oder ein Review zu machen oder so, also, äh, ja Suche nach Seiten Gaming Tipps Also, keine Ahnung, ich will jetzt nicht so der krasseste Spieler oder so, ne? Aber, ja, hab halt schon ein bisschen rumgesuchtet, ne? Also, keine Ahnung Und, ähm, ja Ja, werdet ihr halt nicht mehr mit dem Waschern nehmen oder, äh, paar Tipps noch nicht mehr Ich weiß, gibt's alles schon auf YouTube Gibt's jenen Scheiß schon auf YouTube, also egal, was man macht, irgendwer hatte das, was man gemacht hat, Egal, ob einer jetzt sagt, du hast was für nebengeklaut oder für nebengeklaut Ich hab die Latte, ne? Wenn ich halt so Bock hab, dann mach ich das einfach Videos kommen, ähm, ja, jetzt momentan Ich hab mich ja bemühen, so, drei in der Woche rauszuhauen Juckt eigentlich sowieso kein Schwein, weil ich sie bis auf keinen Abonnenten hab, aber okay Ja, und da hab ich den Chopper, ne? Auch sehr nice Okay Oh, egal Ja, und dann halt mal gucken, wie's so gut aussieht, ne? Gut gemacht, Ghost, bereit machen für die nächste Runde Ob auch nicht meine Mikroqualität total, ähm, ob YouTube total heiße findet und so Und, äh, ja Dual-Commentaries werden auch kommen Wie gesagt, ich hab da so ein paar Leute, keine Ahnung, also, viele Kollegen, die auch YouTube betreiben Und, ja, lasst euch mal überraschen, ich hab noch einiges Ein paar Leute, die werden mich auch vielleicht supporten Aber, ähm, wie gesagt, ich will keine Abonnenten Und so ein paar Leute aufmerksam auf mich werden Und dann vielleicht, ähm, nicht meine Videos mal geben können Könnt ihr immer da bleiben und Oder halt, ähm, auch zu spüchen Bisschen Ja, ähm, ja Aber, so, 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 so Ach, genau, Franzosen, ich hasse Franzosen Bereit machen für die nächste Runde Ja, das ist ein sehr großer Punkt Ich hasse einfach nur Franzosen Das ist so schlimm Also, Franzosen, bitte jetzt abhauen Bitte nicht abonnieren oder sonst was Franzosen sind das Schlimmste überhaupt, echt, also, Franzosen sind die gar nicht Das ist echt, äh, Franzosen, die scheiß Camper mit ihrem Tür am Ende, da, äh, krieg ich zu viel, man, krieg ich einfach zu viel, da, ja, ne, okay Das ist kein Rage Commentary Und, ähm, Das war's eigentlich bis zu weit, dass ich aufs NRW kommen hab ich schon erzählt, oder? Nee, kein Und, verbindet der Heli kommt Genau Ich glaub das Gameplay ist gleich noch zu Ende Ghostfind hängt nicht ab, geil, macht ganz schön Bock halt Wenn die Camper fucken halt übertrieben ab Ich verstehe die Zwischen nicht, wie man einfach das ganze Spiel übercampen kann, dann sieht die Autos halt auch Aber wie gesagt, da kommen andere Commentaries zu Ich hoffe das Commentary war jetzt nicht Ah, scheiße, ich mein 19.0, das ist recht Ich weiß mal wie ein Killstreak ist und so Nubidubi, tralala Aber, ja, das war's dann vorbei Ja, ich hoffe es hat euch gefallen Kommentiert, das ist ganz wichtig, Leute Jo, man sieht sich, ciao